Okay, wir könnten Glück aufs Kefs oder Milch haben. Soll meine Kamera schon da unten liegen? Ja, da gehen wir gleich platzieren, ne? Oh, ein Mal. Oh, Hot Rod, geil. Hier steht noch ne Milch am Ofen. Okay. Ja, ich nehme sie mal mit. Yo. Ui. Hochsalz hab ich gefunden, geil. Hochsalz! Schönes Ding. Die Bulle rußt, steht er noch. Äh, 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 äh. Was war das? Da will es einer wissen. Oh, okay. Schlafen. Oh, Stein. Puhh. Ich habe noch nicht. Ich habe noch mal. Ich habe noch keine Träger. Ich habe noch keine Träger. Es kann jetzt vielleicht keine Träger dich auszudenken. Das ist heute nicht. Ich sitze doof. Er ist vorne am Eingang. Ich hab halt bloß ne Mosen. Ich bin jetzt vorne am Eingang hinter dem Zelt. Was schützt du dort im Gras? Ja, am Krankenwagen bin ich. Läufst du? Ja, ich kraut so ganz leise hier hinter den beiden Krankenwagen. Ah, nein! Von wo? Ich hab keine... Bei mir ist der Außenarber. Hinter den Krankenwagen an der Wand. Ich seh ihn nicht. Jetzt bin ich hinter dem Krankenwagen. Wo bist du, Play? Am Zelt. Am Klotert. Okay. Wo der Wachtturm ist, ja. Wenn wir sind, ja. Ich seh es, okay. Der muss irgendwo noch hinter der... zwischen uns hinter der Wand sein. Nochmal. Läufst du auf Metall? Nein. Wir sind da aufs Metall gekommen. Hm. Weil es anders ist. Muss er. Ist der noch oben? Du bist doch dort, oder? In unserem Wachtturm. In unserem Wachtturm. Ich dachte du bist vorne am Klo. Ja, hier ist auch ein Klo. Spielstück. Achso. Bist du da sonst? Ja. Am Lkw? Ja, ja. Er saß oben drin. Ich hab ihn gesehen, der ist oben an dem roten Ding, ja. Ja. Da hab ich Feuer gesehen grad. Ja, mal sehen, ob wir uns snacken können. Ich geh den Granat und nix. Weinst du? Ja, ja. Ja. Okay. Ob er noch oben ist, weiß ich gar nicht. Läufst du hier? Das ist krass. Nein. Läufst du? Nein. Dann ist auch noch einer hinter uns, oder? Ich hab ihn gesehen, er hinter der Wand ist er. An dem Krankenwagen jetzt. Das ist ein Skeff. Oh. Das ist ein Skeff. Das ist ein Skeff. Ist er noch rein. Ist er noch, ja? Am roten, ja. Okay. Ich krieg mal hinten durch. Hoffentlich kommt der blöde Skeff jetzt nicht. Ne, der ist hinterm Krankenwagen. Dort an der Mauer. Aber außen. Wenn der Typ noch mal gucken würde. Das ist ein Skeff. Das ist ein Skeff. Ist er da gewesen, oder? Ja. Weiß ich nicht. Das war ein Skeff. Das war ein Hedgling hier irgendwie. Ich hab einen Arschrag gemacht. Ich glaube, das war es. Das müsste es gewesen sein. Von der VPO. Alter, das war der von vorhin wieder. Mhm. Wie hieß das? Hieß da einer? Der Halunke, oder sowas? Ey. Schade. Ich hätte mich jetzt ja übelst kaputt gelacht. Jogi. Grüße. Herzlich willkommen. Ich hätte mich ja kaputt gelacht. Er hat auch keine Munition mehr. Er hat auch Echo. Echo und die gleiche Scheiße. Ja, deswegen hat die auch nicht so viel Schaden gemacht. Zum Glück. Mhm. So, da komm ich mal an die roten Container. Dann mal hier die Kamera hinlegen. Ja, die müssen wir ja am Pier platzieren. Mhm. Leider ja. Ja, läuft gut. Wie er da liegt. Ja, echt witzig. Wie er einen Arsch rausstreckt. Aber wie eine Katze von A nach B, Alter. Ich habe es nicht mitgekriegt. Da war schon nicht so dumm unterwegs. Und vom Krankenwagen alles da hoch. Mhm. Naja, gut. Level 25 ist jetzt auch kein Anfänger mehr, ja. Mhm. Hat er gut gemacht. Und zum Schluss hat ihn wahrscheinlich die Lust verlassen. Mhm. Anders kann ich es mal nicht erklären. Hier sind noch Zigaretten, Saft. Ich rohre es nicht. In echt nicht? Nö. Okay. Das ist gut. Alles hinter mir gelassen. So, da werden wir hier runterrammeln. Ich komm mit. Nützt ja nicht. Der Mist muss da hingelegt werden. Nee. Über der andere Waffe schwebt eine Munitionspackung. Bei mir auf dem Bild. Echt? Alter. Mach auf. Warte. Muss mal kurz stehen bleiben. Nicht im Baum. Am besten. Warte. Ja, so. Warte. Magazin ist das. VBO-Magazin. Was? Ich dachte, was ist denn das? Übel. Hast du gerade von der Flasche abgepissen? Mhm. Ich hab's immer so kluck. Kluck. Da war aber Ruhe. Hast du vor Sickern hören? Ja. Ein kurzes Kluck. So weit das Ding liegt. Cool. Alter. Das Magazin. Das macht mich wahnsinnig. Junge. Das Bild. Ich bin aber wirklich auf Kochsalz. So wie das Bild aussieht. Doch die Vaseline. Mhm. Körnig. Grob. Körnig. Oh. Ja. Ja. Hab dich gesehen. Alter. Er trifft mich noch. Ist klar. Wow. Warte. Wenn du Hilfe brauchst. Sag's nur. Sag gerade. Kriegst es jetzt. Ich hoffe. Ich hoff's auch. Ich lass dich hier rausziehen muss. Leblos. Ich geh hier oben auf die Steine. Ja. So. Ich bin hier oben auf den Felsen. Oh. Ich hab mit VW gekriegt. Na süß da. Rode Jacke. Läuft Richtung Scherfitter. Ich bin bloß Späher. Also Richtung. Der ist fast am. Ja. Ah. Ich seh ihn. Ja. Rode Jacke halt ja an. Okay. Er ist tot. Sehr gut. Sonst sehe ich ja gehen. Wo ist denn der Eimer, der hier vorne auf mich geschossen hat? Nach zwei Minuten. Das wäre nichts. Hier liegt was totes. Hm. Am Plei hat ihn wahrscheinlich lang gemacht. Ne. Ich habe ja keinen erschossen jetzt. Hm. Ich habe doch auch nicht auf den geschossen. Ich bin doch weggerannt. Ja. Ich bin doch weggerannt. Ja. Ich bin doch weggerannt. Komisch. Eines Gass. Doch. Äh. Was denn? Das können ein Spieler sein von der Scherfelde aus. Kommt er hierher. zu uns machen dank du schießt ja ja okay wo ist noch es gibt kein es gibt keine kommentare als gerade erlebt ja aber mal ein bisschen informationen zu keiner zeit aber es geht darum wenn du wenn er dich erschossen hätte wüsste ich nicht wo er ist angespannt dann liegt ich daneben ja aber das muss trotzdem das muss kommen wenigstens eine kurze info so ich komme raus war es ein spieler ja okay hier ist noch eine vbo trainer aber nagelneu ich gucke mal naja ich warte jetzt noch kurz was sagt die uhr 15 minuten ja kein stress noch sieben stück schade ich gucke noch mal hin was war das am sägewerk ich dachte das kommt vor uns war vor uns dann wie dahinter also sägewerk naja dann raus hier das ist immer was wert so lange wie wir überleben ist es genau und die kohle kommt rein ach ja ich habe ja wer den spieler ich habe mich gerade gewundert schon wieder das lager vergessen das immer kommt nachher ja jetzt wir sind indict nicht hier GOD kim